Wir sind die Gruppe Jalapenos. Wir spielen Samba Percussion und ähnliches. Wir sind eine neu gegründete Gruppe mit Leuten aus Beiden, aus Schwarmdorf, aus Amberg, aus Sulzberg, aus Ecke von Bayreuth, also alle von weit her, haben im Herbst angefangen und haben heute unseren zweiten Auftritt und werden euch jetzt ein bisschen von den Stühlen reißen, hoffe ich. Vielen Dank. 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 von 19-21.